Hallo, ich bin Marc Schneider aus dem Knipex Produktmanagement und ich stelle Ihnen heute die Welt der Knipex Krimzangen vor. Die Krimp Hebelzange. Ein Werkzeug mit fest verbauten Krimp-Einsätzen mit einer bis zu 30 Prozent reduzierten Handkraft gegenüber handelsüblichen Krimzangen. Folgende Verbinder können verpresst werden. Koaxialverbinder, Stoßverbinder, isolierte Verbinder, Quetschkabelschuhe, A der Endhülsen bis 50 Quadrat. Ich zeige Ihnen mal anhand eines sehr dickweiligen Stoßverbinders, wie man mit der Zange arbeitet. Zange öffnen, Verbinder einlegen, Kabel einlegen, den unteren Schenkel mit dem Zeigefinger ranholen und dann mit beiden Händen verpressen. Sie sehen auch bei so einem dickweiligen Verbinder, wie einfach es geht. Die Krimp Hebelzange, ideal für größere Querschnitte.